Dass natürlich ein riesen Unterschied besteht, ob ich ein reines Elektroauto fahre oder ein Plug-in-Hybrid fahre. Das scheint mir total unrealistisch, aber okay. Dann wird das nicht funktionieren, wenn man die Förderung abschmelzt. Das unterscheidet sich eben sehr stark von dem, was man bisher eben so irgendwie vorhat. Und wir schaffen das mit E-Fuels. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit, durch eine Studie durchzugehen. Und zwar geht es diesmal um die Studie mit dem Titel Die 5 Millionen Lücke. Und zwar mit dem Untertitel Warum das E-Auto-Ziel der Bundesregierung nicht reicht, um den Verkehr auf Klimaschutzkurs zu bringen. Diese Studie, die ist erschienen bei Greenpeace und widmet sich der Frage, ob die Ziele der Bundesregierung, nämlich bis 2030, 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Das blenden wir euch mal hier ein. Das ist ein Ziel, das im Koalitionsvertrag aufgeschrieben wurde. Und das reicht, um, wie gesagt, im Verkehrsbereich auf den Kurs zu kommen, die Klimaschutzziele auch tatsächlich einzuhalten. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben uns alle ziemlich gefreut über diese Zahl, 15 Millionen Elektroautos. Es war auch die Rede davon, dass es reine Elektroautos sind. Und Volker Wissing hat ja in seinem berühmt-berüchtigten Tagesspiegel-Interview auch nochmal klargestellt, Es handelt sich also um wirklich reine Elektroautos und nicht um Hybride. Wir wissen auch, dass er dann hinterher so ein bisschen wieder zurückrudern musste und die ganze Sache ein bisschen verwässert wurde. Nämlich die Frage, ob dort jetzt dann vielleicht dann doch Hybride, Plug-in-Hybride irgendwie dann doch mit integriert sind in dieser Zahl. Und ja, wir alle wissen und die Studie wird es auch gleich auch nochmal zeigen, dass natürlich ein riesen Unterschied besteht, ob ich ein reines Elektroauto fahre oder ein Plug-in-Hybrid fahre, was die Klimaschutzoptionen angeht. Und ja, aber letztlich ist natürlich die Frage, wie erreichen wir denn nun dieses Ziel, den Verkehr auf Kurs zu bringen? Denn gerade der Verkehrsbereich ist ja der Bereich, der, was im Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen, CO2-Reduzierung angeht, bisher eigentlich so gar nicht geliefert hat. Und genau dieser Frage widmet sich diese Studie und das Ergebnis ist überraschend und erschreckend zugleich. Und deswegen gucken wir dort einfach mal rein. Wir machen das so, diese Studie besteht aus drei Teilen und zwar der erste Teil, das zeige ich euch mal hier im, das Vorwort überspringen wir mal gleich, im Hinhaltsverzeichnis, da seht ihr erstmal hier den ersten Teil, die Antriebswände als Stellschraube. Hier geht es hauptsächlich darum, das Ziel der Studie darzustellen und die Methodik darzustellen. Das werden wir alles überspringen und da würde ich euch bitten, euch das selbst durchzulesen. Und der Hinweis an der Stelle sei mir bitte gestattet und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Studie von Greenpeace und es wird sicherlich andere Studien geben, die zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Das heißt, die Wahrheit, sage ich jetzt mal, liegt weder in der einen noch in der anderen Studie, sondern man muss immer sich so ein bisschen durchkämpfen durch diese Zahlen. Aber diese Studie hier, die ist zumindest einen ganz interessanten Ansatz gegangen und dazu komme ich gleich. Dann das zweite Kapitel, da guckt man nochmal auf das, was im Koalitionsvertrag steht. Da steigen wir auch gleich ein, um ein bisschen tiefer reinzugucken. Und dann hier das Kapitel 3, das ist besonders für uns interessant, nämlich die Minderungsziele im Pkw-Verkehr bis 2030. Und ihr seht es hier schon, hier geht es um den Pkw-Verkehr und nicht so sehr um den Lkw-Verkehr, also um den Transport von Gütern und Waren. Aber auch dazu hat diese Studie die eine oder andere Aussage parat. Wir fangen mal an, indem wir uns einfach mal aus dem ersten Teil nur ein oder zwei Grafiken angucken. Diese Grafik hier, die kennt ihr natürlich, ja, das ist der Pfad, den wir gehen müssen, um zur Klimaneutralität im Verkehrssektor zu kommen. 1990 bis 2020, 2022 liegen die Zahlen vor. Da sieht man, da hat sich relativ wenig getan. Und das, was in den nächsten 20 Jahren vor uns liegt, das ist also eine dramatische Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. Und überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, nämlich so gut wie gar nichts. Im Gegenteil, da gab es sogar wieder einen Anstieg, dann ist es ein bisschen runtergegangen. Und das schaut euch mal an hier, auch dieses Zwischenziel mit 85 Millionen Tonnen CO2, das ist ja deutlich, deutlich weniger als das, was wir im Moment haben. Und wir wollen ja, wie gesagt, oder wir müssen auf Null kommen. Also das nur noch mal, um zu zeigen, wo wir eigentlich stehen und wo wir eigentlich heute schon stehen müssten. Und hier das auch noch mal als Balkendiagramm, der Vergleich zwischen 2020 und 2030, wobei wir in Rot den motorisierten Individualverkehr haben, der deutlich abnehmen muss von knapp 90 Millionen Tonnen, wo wir jetzt im Moment ungefähr sind, ja, auf rund 50 Millionen Tonnen, wo wir in weniger als 10 Jahren sein müssen. Und das andere sind die anderen Verkehrsträger, also auch hier Busse, Bahnen und so weiter. Auch hier muss natürlich logischerweise Schwerlastverkehr mit dabei, müssen die Treibhausgasemissionen deutlich, deutlich nach unten gehen. Und das ist eine Riesenaufgabe, wenn man sich vor allem überlegt, wie wenig Zeit wir haben. Und ich erinnere mal an mein letztes Wort zum Freitag, wie heute immer noch über dieses Thema rumdiskutiert wird und dass man immer noch manche der Meinung sind, wir schaffen das mit E-Fuels, Wasserstoff oder sonst irgendwelchen Geschichten. Woher die Zeit dafür kommen soll, weiß ich nicht und die Mittel dafür, wenn das mit der Elektromobilität doch sehr viel besser geht. Steigen wir mal ein im Kapitel 2 und zwar, was im Klimaschutzvertrag, Klimaschutzvertrag, schön wär's, was im Koalitionsvertrag drin steht. Und hier habe ich nur noch mal in gelb angehakt, was für die Elektromobilität wichtig ist hier. Also der Koalitionsvertrag enthält eine Reihe von Vorgaben, die in erster Linie darauf abzielen, neue Antriebskonzepte zu fördern. Und Alternativen zur Autonutzung attraktiver zu gestalten. So, das ist die allgemeine Aussage und zur Elektromobilität selber steht drin hier nochmal, was ich eben schon gesagt habe. Anteil der elektrischen Pkw an der Gesamtflotte muss auf 15 Millionen steigen bis 2030. Ab 2035 dürfen nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge neu zugelassen werden. Wie man das dann bei Verbrennerfahrzeugen machen will, ob man neuen Tankstutzen entwickelt, in denen eben nur die Zapfpistolen für E-Fuels reinpassen, keine Ahnung. Also das soll so irgendwie gemacht werden. Dann, ganz wichtig, auch für diese Studie hier, die Fahrleistung der Plug-in-Hybride, die elektrische Fahrleistung muss deutlich, deutlich angehoben werden. Die ist viel zu gering. Da kommen wir nachher, wenn ich es nicht vergesse, auch nochmal zu, wo wir da im Moment stehen. Wobei ich auch weiß, da gibt es natürlich dramatische Unterschiede, gerade unter denen, die das Fahrzeug privat nutzen. Das ist mir völlig bewusst. Dann natürlich muss man sich über die Besteuerung von Dieselkraftstoffen intensiv unterhalten. Und die Investitionsprämie, die Neuausrüstung ist gerade in diesen Tagen wieder massiv in der Diskussion. Gerade weil wir ja so lange Lieferfristen haben, fordern jetzt unter anderem auch der ADAC, dass wer sich heute ein Fahrzeug bestellt, schlicht und ergreifert so eine Art Bestandsgarantie auf die Förderprämie bekommt. Weil niemand kann abschätzen, wann das Auto geliefert wird. Das erfahren wir gerade in der eigenen Familie so. Und das ist sowieso eine Forderung, die ganz, ganz wichtig ist, die Prämie eben nicht an die Erstzulassung, sondern letztlich an die Ausliefer, an die Bestellung des Fahrzeugs zu koppeln. Gut, was steht noch drin? Besteuerung des Ausbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist ja so ein Dauerthema. Und natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele einfach so gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Auch gerade die nicht, die immer noch in Richtung E-Fuels und Wasserstoff gehen, nämlich die Sektorkopplung, die mit der Elektromobilität nötig ist. Gut, dann kommen wir gleich zum Kapitel Nummer drei. Das ist schon mal klar, worum es jetzt eigentlich geht. Es ist eine Art Metastudie. Das heißt, diese Studie hat sich andere Studien herausgenommen und hat diese durchguckt. Und die Studien sind, die Sie sich angeschaut haben als Grundlage für diese Studie, haben unterschiedliche Ausrichtungen. Nämlich zum Beispiel, welche Entwicklung hat denn die Elektrifizierung überhaupt in der gesamten PKW-Flotte? Wie wird es da also weitergehen? Welche Strategien und Maßnahmen sind für diese Entwicklungen eigentlich nötig? Also Förderung, Ausbau, Ladeinfrastruktur, Strompreise und so weiter. Dann, wie wirkt sich die Elektrifizierung der Flotte auf die verkehrsbedingten CO2-Emissionen aus? Und wie verteilt sich eigentlich der Straßenverkehr zwischen PKW und Nutzfahrzeugen? Das sind alles Dinge, die man betrachten muss, wenn man eine Aussage treffen will. Wie viele Elektrofahrzeuge, PKWs brauchen wir denn, um auf den Pfad zu kommen, der nötig ist, die Klimaschutzziele einzuhalten? Und das sagen Sie auch hier ganz klar. Die herangezogenen Studien sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber das ist wie so ein Puzzlespiel. Man nimmt alle Puzzlesteine irgendwie zusammen und kommt dann hinterher auf ein Ergebnis. Und wie gesagt, das Ziel ist mal herauszukriegen, wie viele elektrische PKW brauchen wir denn eigentlich, um die CO2-Einsparungen zu erreichen? Und es geht dann auch gleich los mit der Anzahl der batterieelektrischen PKW 2030. Und dann kommen wir mal gleich hier auf diese Tabelle zu sprechen. Bilder sagen ja mehr als tausend Worte. Es gibt also hier, das seht ihr hier, eine ganze Reihe an Studien von der DENA, von der Aurora Energiewende, vom Bundeswirtschaftsministerium, selber, Fraunhofer, Prognos-Institut und so weiter, die sich mal angeschaut haben, ja, wie könnte sich denn die Anzahl der Elektrofahrzeuge und der Anteil an der Flotte entwickeln? Natürlich haben sie dazu auch noch die Plug-in-Hybride reingezogen, denn es ist einfach so, die verkaufen sich im Moment noch ganz gut und die werden sich sicherlich auch noch eine ganze Weile weiterverkaufen. Und sie sind vielleicht auch ein Schlüssel, auch ein Baustein in dieser ganzen Geschichte. Und es haben aber nur zwei Studien Aussagen getroffen oder nur zwei Studien, nämlich die von der Aurora Energiewende und die von Prognos aus dem letzten Jahr treffen Aussagen darüber, wie wirkt sich das denn eigentlich auf die CO2-Emissionen aus? Und deswegen habe ich sie hier auch mal gelb markiert. Und auch die Studie geht ein bisschen intensiver auf diese Zahlen ein, auf diese beiden Studien ein. Einmal die Agora rechnet mit 9 Millionen Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Plug-in-Hybriden. Und Prognos rechnet sogar mit 17 Millionen Elektrofahrzeugen und 18 Millionen Plug-in-Hybriden. Und wenn man sich einfach mal schaut, die Minderungen anschaut, dann sieht man das, was eigentlich jetzt auch nicht so schwer ist, sich vorher abzuüberlegen, nämlich je mehr Elektrofahrzeuge und letztlich auch Plug-in-Hybride in den Markt kommen, die möglichst viel elektrisch bewegt werden, desto stärker sinken die CO2-Emissionen einmal hier um etwas mehr als 50 Prozent und hier knapp unter, auf knapp die Minderung knapp 30 Prozent. Da kommen eine ganze Menge Faktoren mit rein. Dieses Video kann nicht die Länge haben, das alles hier in Gänze irgendwie darzulegen. Aber das finde ich ganz interessant. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, warum man hier nur auf 30 Prozent kommt und hier auf 50 Prozent, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, wie viele Emissionen darf der Pkw-Verkehr 2030 eigentlich überhaupt noch emittieren? Und dann kommt eben diese Zahl hier, nämlich rund 50 Millionen Tonnen. Also auf diese Menge muss es reduziert werden. Wir sind also im Moment bei knapp 90 Millionen Tonnen. Also das ist fast eine Halbierung der CO2-Emissionen im privaten Verkehr. Ich habe mir hier eine ganze Menge Dinge angestrichen. Wichtig ist natürlich logischerweise, wie ist denn unser Strommix im Jahre 2030 beziehungsweise mit welchen CO2-Emissionen ist die Kilowattstunde dann verbunden. Und man geht hier davon aus, dass wir dann ungefähr 2030 bei ungefähr 143 Gramm pro Kilowattstunde sind. Zur Erinnerung, wir sind im Moment wieder bei etwas über 400 Gramm. Ihr seht also, wo es hingehen muss und welche Ambitionen und welche, wie soll man sagen, einfach welche Anstrengungen nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist also schon brutal. Also die sprechen auch hier von einem erheblichen Ausbau der Stromerzeugung aus Wind- und PV-Anlagen, was letztlich nur zu erreichen ist durch eine massive Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungszeiten. Es ist klar, dass die CO2-Emissionen im Laufe der Jahre immer weiter runtergehen werden. Und sie stellen hier auch durchaus dar, dass es möglich ist, sogar unter diese Zahlen zu kommen, was dann letztlich wieder positiv sich auswirkt auf die Entwicklung der CO2-Emissionen im Jahr 2030. 2030, ja, also wie gesagt, das zum Thema Energie ganz, ganz wichtig. Das Thema, ich habe es vorhin angesprochen, der Fahranteil der Plug-in-Hybride. Der Fahranteil der Plug-in-Hybride muss massiv, also der elektrische Fahranteil, der muss massiv gesteigert werden und zwar auf rund 60 Prozent. Und da sind wir heute noch lange nicht. Und wir brauchen insgesamt aber auch eine massive Steigerung der Effizienz der einzelnen Systeme. Das heißt also, ich sage es jetzt mal ganz grob oder ganz einfach gesagt, ein Elektroauto muss 2030 wahrscheinlich im Worst Case deutlich unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen und nicht wie es heute ist, eben mal locker 20, 25, 30 Kilowattstunden. Das hat also was mit der Effizienz der Antriebe zu tun, aber sicherlich auch mit den Fahrzeugen selber. Das heißt also, es ist sehr stark auch davon abhängig, was wir alle dann eben für Fahrzeuge kaufen werden und auch kaufen können. Dann, wie gesagt, kommt diese Studie zu dem Ergebnis, dass mit den 15 Millionen geplanten Elektroautos, und zwar hier 15 Millionen reine Elektroautos, selbst unter diesen Bedingungen, die wir genannt haben, also hoher Fahranteil der Plug-in-Hybride, elektrischer Fahranteil der Plug-in-Hybride, starke Minderung der CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom, Effizienzsteigerung und so weiter und so fort, dass das trotzdem nicht ausreichen wird, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und zwar kommt dann diese Studie zu dem Ergebnis, wir brauchen mehr als 20 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge auf den Straßen. Ganz einfach, weil die eben deutlich geringere Kilometer-spezifische Emissionen aufweisen als Plug-in-Hybride. Das ist nun mal einfach so und natürlich, und zwar spricht man hier von dem Faktor 3. Und wenn man, und das fand ich jetzt eine sehr spannende Zahl, und das muss man sich mal festhalten, wenn man an diesen 15 Millionen Elektrofahrzeugen festhält, und vielleicht hört ja zufälligerweise Herr Bissing zu, dann muss die Anzahl der Plug-in-Hybride von, 3 Millionen Plug-in-Hybride war in der Planung, dann müsste, wenn man also bei den 15 Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen bleiben würde, dann müsste man 17,5 Millionen Plug-in-Hybride auf den Straßen haben, die, wie gesagt, diesen hohen elektrischen Fahranteil haben. Also mehr Plug-in-Hybride als reine Elektrofahrzeuge und die überwiegend elektrisch betrieben. Und das finde ich eine ziemlich harte Aussage, weil das unterscheidet sich eben sehr stark von dem, was man bisher eben so irgendwie vorhat. Und das wird dann auch Probleme geben, wenn man es nicht schafft, den elektrischen Fahranteil der Plug-in-Hybride deutlich zu erhöhen. Der liegt ja im privaten Bereich bei zwischen ungefähr 45 Prozent der Kilometer werden elektrisch zurückgelegt und bei den Dienstfahrzeugen sind es weniger als 20 Prozent. Also das muss deutlich nach oben gehen. Und wenn man dann wirklich darauf setzt, bei den 15 Millionen Elektrofahrzeugen zu bleiben und gleichzeitig eben diese 17,5 Millionen Plug-in-Hybride in den Markt zu bringen, dann wird das nicht funktionieren, wenn man die Förderung abschmilzt. Also man muss sich jetzt schon, und das ist die Kernaussage dieser Studie, ganz klar darüber werden, was will man denn eigentlich? Wenn man diese Reduktion haben will, dann muss man massiv auf Elektrofahrzeuge setzen, weil man es damit eben leichter schafft, dann reichen aber nicht 15, dann muss man auf 20 Millionen gehen. Und wenn man bei den 15 Millionen Elektrofahrzeugen bleiben will bis 2030, dann muss man die Anzahl der Plug-in-Hybride massiv steigern. Und wir wissen es heute, die Plug-in-Hybride, heute zumindest Stand heute, die wenigsten davon können schnell laden. Wie funktioniert das dann, wo und wie sollen die geladen werden, wenn jetzt im Moment so intensiv auf DC-Ladeinfrastruktur gesetzt wird und wenn man gleichzeitig die Förderung abschmilzt. Also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Da müssen die Verantwortlichen nochmal Hausaufgaben machen, nochmal nachsitzen und sich klar überlegen, wo wollen wir denn nun eigentlich hin? Was wollen wir denn jetzt eigentlich? In welche Richtung soll es denn gehen? Also hier ist definitiv eine Lücke vorhanden, die ist wirklich extrem deutlich. Steht auch nochmal hier drin, dass eine deutliche Lücke ist und dass die Instrumente des Koalitionsvertrages nochmal überarbeitet werden müssen. Es wird auch noch davon gesprochen, dass man einen CO2-Preis von rund 200 Euro pro Tonne braucht. Das ist also auch eine mächtige, mächtige Steigerung. Ja, und dann geht es hier nochmal um die Plug-in-Hybride, ab wann man die vielleicht nicht mehr zulässt und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nochmal ein bisschen ein Beiwerk, sage ich jetzt mal. Das könnt ihr euch dann nochmal entsprechend angucken. Wir verlinken ja auch alles. Hier wird nochmal die Förderung der Plug-in-Hybride angesprochen. Und wie gesagt, hier auch nochmal ein Absatz zum Thema elektrischer Fahranteil der Plug-in-Hybride. Die müssen eben mindestens 50 Prozent elektrisch fahren über Dienstwagen und Private gemischt. Die Reichweite muss mindestens 60 Kilometer betragen. Das müssen sie ja sowieso jetzt inzwischen. Ich will auch mal versuchen, einen Test zu machen, ob denn ein neuer Plug-in-Hybrid das auch tatsächlich schafft. Ich bin mir da nicht so sicher, ob die das schaffen. Und wie gesagt, ihr seht, wie schwierig die Situation ist und man jetzt eine ganz klare Weichenstellung braucht und alles irgendwie wackeln und hin und her. Das bringt uns überhaupt gar nicht weiter. Ja, dann wird auch nochmal gesagt, dass es sicherlich sinnvoll ist, die Förderung von Elektrofahrzeugen weiter aufrecht zu erhalten, die Förderung von Plug-in-Hybriden aber abzuschmelzen. Naja, für mich so ein kleiner Widerspruch in der Studie an sich. Natürlich, denn wie gesagt, 15 Millionen reihen Elektrofahrzeuge. Herr Wissing hat jetzt schon gesagt, dass diese 15 Millionen eben auch Plug-in-Hybride beinhalten können. Passt nicht so richtig zusammen. Aber was ich sehr gut an dieser Studie finde, nämlich ein zusätzlicher Klimaschutzeffekt, wenn Elektrofahrzeuge endlich in die Sektorenkopplung eingezogen werden. Denn hier haben wir ja einen riesen Nachholbedarf in Deutschland. Also Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid, alles das ist in Deutschland völlig unterentwickelt, obwohl wir jetzt inzwischen schon hunderttausende von rollenden Stromspeichern auf den Straßen haben, die für diese Dinge eingesetzt werden könnten. Wenn auch nur zum Teil. Kleinvieh macht dann in der Masse dann doch Mist. Und es wird höchste Zeit, dass wir ein Elektrofahrzeug, so wie mein VW, der hier vier Meter von mir entfernt auf dem Parkplatz steht, einfach auch aktiv als Energiespeicher, für welche Verwendung auch immer, eingesetzt werden kann. Und das ist einfach völlig irre, dass da draußen fast 60 Kilowattstunden Speicher vor sich hinstehen, die in den letzten zwölf Stunden unbewegt und nicht genutzt werden können. Das ist totaler Quatsch. Ja, dann geht es also nochmal, dann werden hier nochmal so ein bisschen die Forderungen zusammengestellt und was man denn machen könnte, um nun tatsächlich diese Zahl von 20 Millionen Elektrofahrzeugen zu erreichen. Also dazu gehört unter anderem eine Reform der Kraftfahrzeugsteuer, unter anderem eine Neuzulassungssteuer. Das heißt also, wer viel Dreck macht, muss auch viel mehr Steuern bezahlen. Sowas kennen wir ja aus Frankreich, funktioniert. Neuzulassungsverbot für Verbrennerfahrzeuge schon ab 2025. Das scheint mir total unrealistisch, aber okay. Anhebung des CO2-Preises, habe ich schon gesagt, und umfassende Reform der Dienstwagenbesteuerung. Und dann geht es unter anderem, wird dann hier auch nochmal eine Maßnahme angesprochen, neben Dieselprivileg, Pendlerpauschale, Förderung von E-Fahrzeugen, nämlich die Einrichtung von Zero-Emission-Zonen, also Null-Emissions-Zonen in Städten, das auch nochmal Anreiz dafür setzen soll, auf komplett emissionsfreie Fahrzeuge zu setzen. Ja, also das Fazit habe ich, da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Sachen markiert, aber das ersparen wir uns jetzt nochmal. Also wie gesagt, ich fasse mal zusammen, das, was sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, nämlich 15 Millionen Elektrofahrzeuge, wird nicht reichen, um dieses Ziel, das Klimaschutzziel des Verkehrs zu erreichen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn man das jetzt auch noch verwässert mit Plug-in-Hybriden, egal wie intensiv die elektrisch gefahren werden, schafft man es erst recht nicht, weil die Plug-in-Hybriden eben nun mal weniger elektrisch fahren, als ein reines Elektroauto. Ist einfach so. Ich weiß, da draußen sind sicherlich viele von euch, die sagen, hey, ich fahre meinen Plug-in aber zu 90, 95 Prozent elektrisch und das finde ich auch großartig, aber die Masse der Menschen tut es eben einfach nicht, die ein Plug-in-Hybrid besitzen oder die können es nicht tun, weil es auch sehr stark mit dem Thema Ladeinfrastruktur zusammenhängt. Und wenn man diese Ziele mit 15 Millionen Elektroautos erreichen will, dann braucht man gleichzeitig 17,5 Millionen Plug-in-Hybride und wenn man das Ziel ohne so viele Plug-in-Hybride erreichen will, braucht man 20,5 Millionen Elektrofahrzeuge, so der Stand und die Aussage dieser Studie. So, das zum Walk-Through zu dieser Studie. Ich wollte bei ungefähr 20 Minuten bleiben. Ich bin schon ein bisschen drüber. Ich hoffe, es war für euch ein paar neue interessante Informationen dabei. Was denkt ihr darüber? Schreibt doch mal zum Beispiel in die Kommentare, welche Maßnahmen ihr für besonders geeignet haltet, den Anteil der reinen Elektrofahrzeuge in Deutschland schneller und optimal zu erhöhen. Vielleicht schafft man dann tatsächlich mit euren Maßnahmen, mit euren Ideen die 20,5 Millionen Elektrofahrzeuge. Was habt ihr für Ideen und wie sind eure Erfahrungen dazu? Und was haltet ihr von solchen Studien? Lest ihr euch solche Studien überhaupt durch, wenn die von Greenpeace oder irgendeiner anderen Umweltorganisation kommen? Wie denkt ihr darüber? Ansonsten sage ich an der Stelle ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wie gesagt, wir haben ein paar neue Informationen für euch gebracht. Solltet ihr diesen Kanal tatsächlich noch immer nicht abonniert haben, macht es doch einfach mal jetzt. Das ist ein super Feedback für uns. Ein Daumen hoch hilft uns auch natürlich weiter. Dann wissen wir, dass das okay ist, was wir für euch machen. Und dann gibt es noch die Geschichte mit der Glocke, die ihr anklicken könnt. Damit seid ihr immer informiert, wenn wir für euch was Neues haben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.